Freut mich, sag schon mal Alberto, er soll sich ein paar Taschentücher an die Seite legen, denn jeder Playstation 3 Fan wird weinen. Das hat mir Aronente gerade eben vor ein paar Minuten gesendert und zwar meine alte PS3 wird heute oder morgen an Aronente gehen und an sein Rest in Peace. Wahrscheinlich Rest in Peace 17 oder 18, ich bin mir noch nicht sicher, es dauert ja wahrscheinlich auch bis das Paket da ist und bis dahin macht Aronente wahrscheinlich ein neues Rest in Peace. Lieber Aronente, wenn du dieses Video siehst, ich bin leidenschaftlicher Playstation 3 Zocker. Ach, hier ist die Linse, jeder verkratzt hier. Wartet mal schnell. Sorry, die Luftfeuchtigkeit liegt hier bei 45 Grad. Kommt noch Touchfocus? Ja, genau. So, typisch, meine Kamera spackt mal ein bisschen rum. Lieber Aronente, wenn du das Video machst, dann bitte, ja, ganz normal, meinen YouTube-Kanal, bitte verlinken. Aber sag, dass ich der PS3-Zocker YouTube Gamescom bin. Das ist mein Gamertag auf der PS3, es wäre nett, wenn du das noch erwähnen tust, zusätzlich. Und ja, wäre echt geil von dir. Ja, das ist mein Headset, ganz schön von Loki Tech. So, ich sage jetzt auf jeden Fall, ciao Leute, haut rein, ihr seht schon, ich bin fix und fertig. Ich habe nämlich gerade einen Sonnen-Kollaps bekommen und bin jetzt so blass wie eine Leiche, aber das ist ja egal. Leute, ich trinke jetzt noch ein Bierchen, dann passt alles und dann höre ich ciao. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.